Musik Willkommen in der Seestadt Bremerhaven, der maritimen Großstadt an der Nordsee und Teil des Bundeslandes Bremen. Seit einigen Jahren ist Bremerhaven zum Touristenmagneten geworden und verändert sich seitdem konstant. Dadurch sind viele neue Möglichkeiten für junge Menschen entstanden, wie zum Beispiel neue Arbeitsplätze in der Tourismusbranche, im größten Container-Terminal der Welt und im berühmten Fischereihafen. Musik Direkt in der Mitte dieser pulsierenden Umgebung liegt der Stadtteil Geestemünde. Musik Ein Stadtteil, der sich aufgrund seiner zentralen Lage und seinen schönen Wohngegenden optimal als Lebensmittelpunkt anbietet. Musik Doch er kann auch zum Erholen und Entspannen einladen. So kann man sich ein ruhiges Plätzchen im grünen Bürgerpark suchen, einen Spaziergang am Yachthafen unternehmen oder am Holzhafen die Seele baumeln lassen. Musik Wer lieber aktiv sein möchte, der kann in den Geestemünder Sportverein diverse Sportarten ausüben. Für Wassersportler gibt es alternativ ein Schwimmbad, in dem sie ihre Bahnen schwimmen können. Und Fitness- und Sportfans finden passende Studios im Zentrum des Stadtteils. Geestemünde ist außerdem ein sehr familienfreundlicher Stadtteil, welcher neben vielen Kindergärten ein reichhaltiges Angebot an Schulen anbietet. Dieses reicht von den Grundschulen und Sekundarstufen bis hin zur gymnasialen Oberstufe. Musik Für Spielmöglichkeiten während und nach der Schulzeit ist ausreichend gesorgt. Musik In den Hauptstraßen Georg, Schiller und Grashofstraße kann man bei diversen inhabergeführten Einzelhändlern shoppen gehen. Musik Hier zählen nicht Massenabfertigung und Quantität, sondern guter Service und Qualität. Weiter sind zahlreiche Supermärkte in Geestemünde angesiedelt, so dass man keine weiten Strecken zum Einkaufen zurücklegen muss. Und wer es mal noch frischer braucht, der kann sich am Mittwoch und Samstagmorgen auf dem Wochenmarkt mit frischem Obst und Gemüse eindecken. Aber auch Gewürze, frisches Fleisch und andere Lebensmittel kann man dort erwerben. Der Wochenmarkt liegt direkt am Wasserturm, in welchem sich ein gemütliches Restaurant befindet. Doch nicht nur hier, sondern in ganz Geestemünde hat man die Möglichkeit, gut essen zu gehen. Hat der Stadtteil ihr Interesse geweckt? Dann kommen auch Sie nach Bremerhaven und lassen Sie sich im schönen Geestemünde nieder. Dem Marktplatz der Regionen. Musik 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 Vielen Dank.